Hier ist Flips und das sind unsere Team. Neue Gesetze, Streaming-Stop für ganz Europa, Star Wars ist Mandalorian Staffel 4 abgesagt, Star Trek, neuer Kinofilm, gibt Rätsel auf, Echo, MCU-Serie spaltet Fans, abgesetzt wieder Serie ohne Ende und zittern wird das der nächste AAA-Vlog. Vielen Dank an unsere Unterstützer, die Guardians. Akira Nenner, Dennis Heide, Lampi, Black Handtouch, Black Shadow, Hans Joachim Meier, Erky Turkey, Harm, Kim Yonatako, Kineiro, Chaos Prinzessin, Ulrike und Jasmin, Stageguy, Kinocheck.de, Michael Traxler, HeyAaron, MJ85, IgNormi1, Ronson182, Deconi, Swafnirson, Tony Barth, Daniel Schuh, Der Twars Löper, JFK Faker, T-Unit CB und Luca Kamenz. Und ein riesigen Dank auch an unsere Hitchhiker und an unsere Spotlighter. Danke, dass ihr diese Sendung unterstützt und überhaupt erst möglich macht und danke natürlich auch an euch, die Flips Community. Flips wird diese Woche unterstützt von Wow. Es ist dunkel, es ist kalt und grau, keiner hat jetzt Bock rauszugeben. Was gibt es da Besseres, als sich warm einzurollen und eine spannende Thriller-Serie zu genießen? Da passt es doch perfekt, dass morgen die heiß erwartete vierte Staffel der Kultserie True Detective Exklusiv bei Wow startet. Nach fünf Jahren Pause gibt es endlich eine ganz neue Story, wie immer mit komplett neuer Besetzung. Und dieses Mal spielt Jodie Foster die Hauptrolle als Ermittlerin Liz Danvers, die mit einem wirklich bizarren Fall konfrontiert wird. Im nördlichen Alaska verschwindet die komplette Besatzung der Arktis-Forschungsstation Zallal spurlos. Es gibt keinerlei Anzeichen einer Abreise, in der Station laufen Fernseher und das Licht ist an. Doch dann macht Danvers einen grausamen Fund und findet die Nachricht, wir sind alle tot, an ein Whiteboard geschrieben. Und was hat es mit den Tieren auf sich, die sich plötzlich extrem merkwürdig benehmen? Das alles ist nur der Auftakt zu einer wahrlich verstörend spannenden Story. Wenn ihr hier The Thing und Shining Vibes verspürt, seid ihr nicht alleine. Die ersten Vorabkritiken sind die besten seit Staffel 1. Es lohnt sich also jetzt, Wow zu abonnieren und mitzugucken. Aktuell gibt es das Film- und Serienpaket von Wow für 5,98 Euro statt 9,98 Euro im Monat, mit dem ihr auf zwei Geräten gleichzeitig streamen könnt. Und da ist natürlich noch viel mehr drin für alle Filmfans. Der super spaßige Dungeons & Dragons Ehre unter Dieben, Renfield mit Nicolas Cage als Dracula, plus Highlights wie Fast X, John Wick 4 und natürlich weitere Serien wie Rick & Mortys neueste Staffel, House of the Dragons, Succession oder ein Geheimtipp von uns, die Doku 23, die 20 Jahre nach dem Film 23 nochmal untersucht, was wirklich mit dem deutschen Hacker Karl Koch passiert ist. Extrem spannend. Es gibt so viel zu entdecken, um die fiese Winterzeit auszusperren. Holt euch jetzt das Abo und zittert nicht vor Kälte, sondern vor Spannung. Der Link ist in der Beschreibung. Und wir sagen wieder, Wow mit Kakao und Keksen. Willkommen, Wuffels, zur 362. Folge der Flips News mit Maniac und mir, dem Batz, der heute ziemlich angegriffen ist und deswegen sorry für die Stimme. Trotzdem gibt's natürlich nochmal die News der Woche vor unserem traditionellen Januar-Break, bevor wir dann zwei Wochen aussetzen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, wenn's weitergeht, lasst auf jeden Fall ein Follow da, sowohl auf YouTube wie auch auf Instagram, denn da geht's wie gewohnt weiter ohne Pause. Und auch auf Patreon bekommt ihr natürlich zwischendurch exklusiven Content geliefert für unsere Abonnenten dort. Die Charts und Starts wurden wieder etwas durcheinandergewirbelt und das hieß für Jason Momoa's Aquaman of the Lost Kingdom nochmal einen Platz runter. Der König der Meere bleibt in Deutschland eher mittel, hat aber immerhin eine knappe Million Zuschauer erreicht mittlerweile. Weltweit steht er bei 339 Millionen Dollar, was einerseits schon jetzt besser ist als alle anderen DC-Filme des letzten Jahres und verglichen mit The Flash ein echter Win. Aber natürlich enttäuschend, wenn Teil 1 von Aquaman damals 1,1 Milliarde Dollar einspielte, was scheinbar den Trend fortsetzt, dass alle Sequels von DC schlechter liefen als ihre ersten Teile. Dasselbe gilt auch für Shazam und Wonder Woman und The Squad. Andererseits dafür, dass der Film nach chaotischer Produktion, vielen Verschiebungen, Reshoots, miesen Kritiken, als letzter Film vor dem gesamten Reboot des DC-Universums läuft, schlägt er sich nach schwachem Start deutlich besser als erwartet. Momoa und Regisseur James One zeigen also, dass sie doch irgendwas richtig machen, zumindest fürs Publikum. Platz Nummer 4, also einen Platz besser als in seiner Startwoche, der Junge und der Reiher, der Neueste. Und mal wieder letzte Ghibli von Hayao Masaki, der auch in Deutschland seine Fans findet und mittlerweile schon 355.000 Zuschauer verzeichnen kann. Ein sehr stolzes Ergebnis. Auf Platz 3 klammert sich immer noch Timothy Chalamet, der singende Chocolatier. Der beweist, dass Musicals zwar polarisieren, aber immer noch für richtiges Box-Office gut sind. Über 2 Millionen Zuschauer haben ihn inzwischen bei seiner süßen Vendetta gegen die Schoko-Schurken besucht. Platz 2 geht an die Entenhaus raus aus dem Teich, der seine Spitzenposition von letzter Woche räumen musste. Illuminations Geflügelbrigade wurde vertrieben vom neuen Spitzenreiter Jason Statham als ballernder Beekeeper in David Ayers neuestem Actionfilm. Setzt sich auf den Thron mit 175.000 Besuchern innerhalb weniger Tage. Er ist ja erst diese Woche gestartet. Und wenn wir auf die Neustarts am kommenden Sonntag schauen, hat er gute Chancen, sich zu behaupten, denn richtig große Konkurrenz gibt es nicht. Who Thinks mit Emma Stone ist zwar ein hochspannender Sci-Fi-Retro-Film über eine Frau, die von einem verrückten Wissenschaftler im viktorianischen London wieder zum Leben erweckt wird, mit dem Gehirn eines Säuglings in ihrem Kopf. Doch er spricht wohl eine sehr andere Zielgruppe an als Beekeeper. Der Film von Regisseur Jorgos Lathimos, der international durch The Lobster bekannt wurde, liefert eine visuell herausragende, surreal, schwarz-humorige Story ab, die obendrein eine exzellente Besetzung hat. William Dafoe und Mark Ruffalo sind neben Stone in den Haupträumen zu sehen. Die Kritiker-Kollegen sind durch die Bank begeistert, die Zuschauer auch, denn der Film lief schon im letzten Dezember in den USA an und ist jetzt auch bei uns zu sehen. Also ein eindeutiger Anschautipp, wenn ihr mal etwas anderes sehen wollt. Und apropos Filmtipps, schaut auch unbedingt ins Video vom Freitag rein. Da haben wir mal aufgelistet, worauf ihr euch generell dieses Jahr freuen könntet. Und da sind eben nicht nur die großen Filme, die eh schon jeder auf dem Film hat, sondern auch einige Geheimtipps. Schaut da im Anschluss auf jeden Fall mal rein für euren Überblick über das ganze Jahr 2024. Jetzt aber erstmal wieder die Frage, was habt ihr zuletzt geschaut und was wollt ihr als nächstes sehen? Und wie gefällt es euch? Sagt es uns in den Kommentaren. Star Trek kommt zurück ins Kino. Ja, Paramount plant laut Deadline tatsächlich wieder einen Kinoeinsatz für Trek, das sich seit dem finanziell eher gefloppten Star Trek Beyond 2016 ja in Streaming verabschiedet hatte und dort zuletzt mit der dritten Staffel der PK-Serie und Strange New Worlds viele neue, aber auch alte Fans wieder begeistern konnte. Der Erfolg weckt wohl auch Box-Office-Begehrlichkeiten jetzt, denn natürlich ist ein Film immer viel lukrativer als eine Serie nur für Paramount+. Laut Deadline arbeitet Seth Graham Smith an einem Drehbuch, das Tobi Haynes verfilmen soll. Keine so schlechte Wahl. Smith hat zuvor unter anderem den Lego-Batman-Film geschrieben und Haynes ist ein erfahrener TV-Regisseur, der auch schon Episoden für Doctor Who, Black Mirror und die meisten Folgen der großartigen Serie Andor gedreht hat, sich also auch auskennt mit Sci-Fi und dramatischen Storys. Worum es geht oder welche Crew beim Film im Zentrum stehen soll, das ist noch unklar und gibt Rätsel auf. Bisher ist nur bekannt, dass es eine Origin-Story sein soll, die Jahre vor J.J. Abrams' Reboot-Film spielt. Gleichzeitig heißt es, ein vierter Teil mit eben dieser Reboot-Crew um Chris Pine als Kirk und Zachary Quinto als Box sei weiterhin noch in der Entwicklung, ist also auch nicht ausgeschlossen. Wahrscheinlich ist, dass der neue Film erstmal das Wasser antestet, wie gut Trek denn jetzt im Kino läuft, um dann weitere Filme nachzuschieben. Genug neue Crews gibt's ja mittlerweile, die alle auf ihr großes Abenteuer warten. Wir würden uns jedenfalls freuen über neue Kino-Tracks. Ihr auch? Sagt es uns. Und wenn wir gerade von Kino-Rückkehr reden, Star Wars versucht ja auch seit dem Episode 9 die Sequels begrubt, ein Kino-Comeback und die Zahl der angekündigten und nie umgesetzten Projekte, seitdem könnte eine eigene Galaxis füllen. Doch während wir skeptisch bleiben, ob das Projekt mit Daisy Ridley's Ray oder der Standalone High Republic-Film wirklich kommen wird, sind wir ziemlich zuversichtlich, dass Dave Filoni seinen Kinofilm bekommt, der dann seine Clone Wars Storylines abschließt. Doch auch sein Mando-Co-Creator John Farrow dürfte sich diese Woche freuen, denn Lucasfilm verkündete, dass noch in diesem Jahr die Produktion von The Mandalorian and Grogu startet. Und ja, sie bestätigten nebenbei auch nochmal, dass Ahsoka definitiv eine zweite Staffel bekommen wird. Die Ankündigung lässt natürlich viel Raum für Spekulation. Zum einen, warum dieser Film jetzt kommen soll, nachdem bisher immer Staffel 4 von Mandalorian angekündigt war. Und was aus der Staffel wird. Hat sich Lucasfilm vielleicht im Zuge von Disneys Spar-Offensive und dem Fokus auf mehr Geld verdienen vielleicht entschieden, lieber erstmal einen Film zu drehen, der wirklich Geld einspielt im Kino, statt eine weitere teure Staffel, die im Stream verheizt wird? Vor den Hollywood-Strikes hatte Farrow ja noch erklärt, er habe die Skripts für Staffel 4 schon geschrieben. Und der Mando-Performer Brandon Wayne sagte nach dem Streik, wir bereiten uns gerade alle wieder auf den Dreh vor. Wenn wir bedenken, wie viel Füllermaterial in den bisherigen Staffeln war, wäre es natürlich denkbar, dass die Staffel einfach auf einen Film eingedampft wird. Und nachdem es Gerüchte darüber gab, dass Farrow insgesamt mit Staffel 3 und der Stimmung bei Lucasfilm unzufrieden war und auch mit anderen Entscheidungen der Führungsetage, da könnte das Ganze vielleicht ein Friedensangebot von Disney sein, ihm jetzt auch einen Film zu geben, damit er sich neben Dave Filoni nicht schlechter behandelt fühlt. Quasi Win-Win, denn mit der Routine der Serie könnte es auch deutlich günstiger sein, den Film jetzt zu drehen, weil viele Designs und Settings schon erstellt wurden. Potter wäre, Disney macht krass im Kino, Farrow ist happy und das, was von den Serienskripten für den Film nicht benutzt wurde, könnte dann später für die tatsächliche Season 4 genutzt werden. Andere Theorie, Farrow erzählt Mando und Grogu's Story weiter im Film, während die Serie sich auf Bo-Katan fokussiert, was ja schon angedeutet wurde in der letzten Staffel und der ebenfalls dann noch dieses Jahr gedreht wird. Quasi Mando ohne den Jury. Was denkt ihr und was wollt ihr eigentlich lieber sehen? Lieber eine ganz normale vierte Staffel mit den beiden oder einen Kinofilm mit den beiden und Bo-Katan oder alles gemischt? Sagt es uns in den Kommentaren. Ist unser aller Streaming in Gefahr? Nachdem viele Kunden gerade die Amazon Prime Preiserhöhung beziehungsweise die Umstellung auf Werbung im Stream verdauen, über die wir ja letzte Woche berichtet haben, setzt der Konzern auch intern weiter auf Geld sparen und das heißt, wie immer, Leute feuern. Hunderte von Mitarbeitern weltweit werden rausgeworfen, unter anderem auch bei MGMs Television Production und MGMs Studio, die Amazon ja vor einer Weile übernommen hatte und jetzt in Amazon Studios integriert. Die Meldung darüber macht uns vor allem Sorgen, dass die Abteilungen ausgedünnt werden, die für Scripted-Formate, also Spielfilme und Serien verantwortlich sind, während im Bereich Unscripted, also Reality-TV-Formate, sehr wenig abgebaut werden. Die Entlassungswelle trifft alle Teams weltweit, was bedeuten wird, dass auch regionale Produktionen betroffen sein werden. Amazon wolle da mehr von lokalen Sendern lizenzieren und co-produzieren als komplett selbst machen, ähnlich wie Netflix das ja auch angekündigt hat. Das Amazon-Team in Singapur, das für Südostasien verantwortlich war, wurde auf lediglich 25 Leute reduziert, also ein krasser Kahlschlag. Auch dort wolle man sparen und kostenbewusster arbeiten. Heißt, es wird dort auch keine weiteren Originals geben, nur noch lizenzierte Serien aus Südkorea, Animes aus Japan und indische Filme. Das ist der zweite heftige Schlag für die Region, nachdem Amazon ja schon Twitch dort zu Februar einstellt, weil das neue Kostenmodell, bei dem derjenige, der Traffic verursacht, an den Kosten beteiligt wird, den Betrieb des Game-Streaming dort für Amazon unrentabel gemacht hat. Gleiches gilt wahrscheinlich aber auch für Videostreams wie Prime. Insgesamt wird der ganze Markt wohl unter den neuen Abgaben leiden. Ein Thema, das auch weltweit und besonders in den USA immer mal wieder aufkam und die sogenannte Net-Neutrality-Debatte schon vor Jahren befeuerte. Netzneutralität besagt ja, dass alle Daten immer mit der gleichen Priorität durchgeleitet werden müssen, egal was sie beinhalten. Das ist also kein schnelles und kein langsames oder teures und besseres Netz geben darf. Südkoreas Netzanbieter SK Broadband hat ja schon als Squid Games damals mega viel geguckt, wurde Netflix verklagt und wollte deswegen Geld vom Streaming-Dienst. Und die Gesetzgeber haben jetzt nachgegeben und gesagt, ja, Streaming-Dienste müssen sich an den Traffic-Kosten beteiligen. Und wer denkt, ach, das ist ja weit weg und mir egal. Diese Debatte ist auch in Europa gerade schon wieder im Gange. Auch hier möchten die Netzwerkanbieter Geld von den großen Konzernen und die EU berät seit Monaten über die sogenannte PR-Contribution. Was heißt, wenn hier ähnliche Abgaben anstehen, könnte das empfindliche Auswirkungen auch für uns hier in Deutschland haben. Denn Netflix, YouTube, Amazon, Disney und Co. würden denn auch für alle Videostreams zur Kasse gebeten, die ihr guckt und könnten sich entschließen, entweder die Qualität vom Streaming zu reduzieren, um die Datenmenge kleiner zu halten oder die Kosten einfach an die Kunden weiterzugeben oder im schlimmsten Fall sich ganz aus dem Markt zurückzuziehen, wenn sich das Ganze finanziell nicht mehr lohnt. Noch ist in Europa nichts entschieden und das wird sicherlich auch noch etliche Monate dauern. Aber wie wir bei Amazon sehen, kann das Ganze dann doch im Endeffekt schneller gehen, als ihr denkt. Was haltet ihr von solchen Traffic-Aufschlägen für große Konzerne? Ist das gerechtfertigt? Oder wollt ihr das auch lieber nicht aus Angst, dass wir dann vielleicht auch bald kein Twitch oder andere Dienste mehr haben? Lasst es uns wissen in den Kommentaren. Serien! MCUs Echo-Serie ist da und wer will, kann sie jetzt schon komplett anschauen. Ein ungewöhnlicher Move von Disney, die ihre Shows normalerweise eher wöchentlich veröffentlichen, so wie es derzeit mit der sehr coolen Percy Jackson-Serie passiert. Der letzte Folge uns übrigens wieder sehr viel Spaß gemacht hat, was wir von Echo nur so bedingt sagen können, auch wenn wir bisher erst drei Folgen gesehen haben. Einerseits ist es eine wunderbar besetzte Serie, die auch visuell einiges hermacht. Andererseits ist Folge 1 basically ein halbstündiges Recap, ehe es dann mal losgeht und tonal sitzt die Show etwas zwischen den Stühlen. Sie ist ein Spin-Off von Hawkeye, doch Fans von der Serie müssen sich ziemlich umgewöhnen, weil die Serie wenig vom Style, Scope und Stimmung der Show weiterführt. Echo ist sehr humorfrei und als Charakter kommt sie jetzt nicht unbedingt wahnsinnig sympathisch rüber. Zumindest verglichen mit Kate Bishop und zuletzt Miss Marvel. Klar ist es cool, eine stumme Heldin mit Beinprothese zu haben und der Native Background gibt der Supporting-Cast einige sehr interessante Szenen. Andererseits ist Echo mit ihrer Ich will aber Gangster-Queen werden und Kingpin-Beerben-Attitüde jetzt nicht so anders von den typischen Serien-Gangster-Helden, die wir schon hundertmal gesehen haben. Und auch wenn sich die Serie eher an den Netflix-Marvel-Shows und Daredevil orientiert von der Härte und Stimmung und den ausgedehnten Fight-Scenes, auch die Fans der alten Shows sind teilweise irritiert, denn natürlich gibt es auch Änderungen zur Continuity. Der Kingpin wird zwar weiterhin von Vincent D'Onofrio gespielt, kleidet und verhält sich aber dann doch etwas anders als vorher. Und natürlich wurde Echo als quasi seine Adoptiv-Tochter geredconnt, weil er früher nie die Rede war. Und umgekehrt spielte der Kingpin im MCU bisher keine Rolle, auch wenn er in der Defenders-Serien-Saga ja mega einflussreich und wichtig war. Und während der Daredevil-Kingpin mächtig, aber doch menschlich war, wirkt die MCU-Version deutlich stärker und übermächtiger. Viele Änderungen, die auch einen Vorgeschmack auf das Daredevil-Reboot geben, das er derzeit produziert wird und schon jetzt mehrere Wechsel hinter den Kulissen erlebte. Die Post-Credit-Szene deutet ja schon eine Entwicklung für die neue Serie an. Die Kritik und das Publikum sind vielleicht deswegen noch eher gespalten, was die Echo-Serie angeht. Habt ihr sie schon geschaut? Und wie gefiel euch Echo? Sagt's uns. Erfolg ist kein Garant für Fortsetzungen und diese Woche bekamen mal wieder alle Pessimisten recht, die mittlerweile keine Serie mehr anfangen, bevor sie komplett veröffentlicht ist, aus Angst, sie könnte vor dem Ende abgesetzt werden. Taika Waititi's Piraten-Serie auf Flag Means Death hat ja vor zwei Jahren nicht nur grandiose Kritiken, sondern auch wirklich gute Quoten für Max, beziehungsweise damals noch HBO Max eingefahren. Die satirische Drama-Comedy über den unerfahrenen Gentleman-Piraten Bonnet, der auf den von Waititi gespielten Blackbeard trifft, konnte ein großes Fandom begeistern und erreichte insgesamt bessere Streaming-Zahlen als viele MCU-Serien. Was Warner Discovery nicht daran hinderte, das Budget für Staffel 2 mal um krasse 40% zu kürzen, was das komplette Umschreiben der Story erforderte und viel Findigkeit der Macher trotzdem noch eine coole Staffel abzuliefern. Doch anscheinend war auch das nicht genug. Trotz sehr guter Quoten wurde auf Flag Means Death jetzt abgesetzt. Und das nur eine Staffel, bevor die Geschichte eh zu Ende erzählt war, denn Showrunner Steven Jenkins hatte sie von Anfang an auf drei Seasons konzipiert. Mal wieder super Ätzend für alle Fans, die jetzt versuchen, eine Rettungskampagne in Gang zu bringen, damit vielleicht ein anderer Streamer die Show weiterführt. Nachdem immer noch gerätselt wird, warum die Show, die so gut lief und beste Kritiken hatte, abgesetzt wurde, auch wenn einige Fans durchaus vermuten, dass es etwas damit zu tun haben könnte, dass David Cezalev ein eher konservativer Dude ist und die Serie mit ihrer Love-Story zwischen den beiden Piraten-Captains einfach nicht in die Neuausrichtung von Max passt. Habt ihr die Show geschaut und gemocht? Sagt es uns. Netflix präsentierte diese Woche eine neue, sehenswerte Serie. Boy Swallows Universe basiert auf dem gleichnamigen autobiografischen Roman von Trent Dalton und erzählt von seiner komplett bizarren Kindheit und Jugend in Brisbane der frühen 80er. Mit einer Mutter, die gerade frisch durch den Entzug ist und ihrem Boyfriend der Mutter weiter Stoff verkauft und sich dabei mit den falschen Leuten anlegt, was zu ihr unerfreulichen Folgen für die Hauptfigur, den jungen Eli und seinen Bruder Gus, führt. Letzterer hat, nachdem der Vater sie verließ, aufgehört zu sprechen und kann vielleicht in die Zukunft sehen. Und als sie dann noch in einem Keller ein nicht angeschlossenes Telefon finden, auf dem sie Anrufe von einer mysteriösen Person bekommen, wird es richtig weird und verstörend. Die australische Show ist gleichzeitig Coming-of-Age und Gangster-Story mit fantastischen Elementen und hat sehr gute Kritiken bekommen. Auch von uns ein Reinschau-Tipp. Und keine Angst, es ist eine Limited-Series, also die Geschichte wird komplett fertig erzählt in sieben Folgen. Vor der nächsten News brauche ich nochmal ganz kurz eure Aufmerksamkeit. Mit Flips wollen wir euch jede Woche unterhalten mit News und Analysen, aber wir müssen das auch irgendwie finanzieren. Derzeit fehlen uns auch rund 150 Abonnenten auf Patreon, damit wir dieses Jahr safe sind. Das sichert diese Sendung und du genießt dafür sogar extra Content wie unseren Podcast und Bonus-Videos. Es gibt verschiedene Stufen, von Padawan für 2 Euro über Hitchhiker für 42 Euro bis hin zum Guardian, bei dem wir sogar deinen Namen in der Sendung verlesen. Der Link ist hier. Support your local YouTuber. Gaming hatte auch wieder einiges an News diese Woche. Unity führt nämlich den Trend der Branche weiter und entlässt auch nochmal 1800 Leute. Das sind ein Viertel aller ihrer Angestellten. Die Firma, die neben Epic Games' Unreal Engine, die verbreitetste Game Engine der Welt produziert, hatte ja im vergangenen Jahr einen selbstverschuldeten PR-Gau erlebt, als sie erst eine sehr unvorteilhafte Lizenz- und Preispolitik einführten und dann eilig zurückruderten, nachdem viele Developer ankündigten, nie wieder mit Unity arbeiten zu wollen in ihren Spielen. Die Kündigungswelle jetzt solle den Reset der Firma einleiten, der eine Konzentration auf ihre Kernprodukte erzwingt. Wie immer, Fehlentscheidungen der Führungsebene werden auf Kosten der Mitarbeiter geregelt. Etwas, was die Gaming-Branche ja letztes Jahr ständig erlebte und angesichts dieser Entwicklung wird auch der Februar-Release von Rocksteady's neuesten Game um die lebensmüde Truppe von DC, Kill the Justice League, äußerst kritisch beugt, denn es könnte ein weiterer großer Flop werden, wie Jason Schreier, der sich ja ziemlich gut auskennt, für Bloomberg prognostiziert. Erste Kollegen aus der Branche waren vom Anspielen des Games Anfang des Jahres wenig begeistert. Die beiden Filme mit der Truppe waren finanzielle Flops an den Kassen und obendrein ist es ein Game-as-Service, also ein Multiplayer-Online-Shooter mit Microtransactions, also das, was für Marvel gerade mit dem Avengers-Game schon krachend gescheitert ist vor zwei Jahren. Die Parallelen sind ja da offensichtlich. Avengers war von Crystal Dynamics entwickelt worden, die zuvor mit dem Tomb Raider-Reboot sehr beliebte Single-Player-Games abgeliefert hatten, ehe sie dann ein Service-Game ablieferten, das keiner mochte. Rocksteady hat mit den Batman-Arkham-Games das Superhelden-Game-Genre quasi neu definiert und ebenfalls Singleplayer-Klassiker abgeliefert, werkelt jetzt aber seit sieben Jahren an diesem neuen Squad-Game, das eben kein Singleplayer-Game ist, sondern ein Moneymaker werden soll, der über Jahre weiter Kohle einbringt durch Microtransactions und das zu einer Zeit, in der selbst Branchenführer wie Fortnite und Destiny schwächeln und andere teure Neuzugänge wie Anthem und Redfall kurz nach dem Start eingestellt wurden. Es steht also viel auf dem Spiel im wahrsten Sinne des Wortes und ein neuerlicher Flop ist da nicht ausgeschlossen, doch einen Hoffnungsschimmer, den sieht Jason Schreier. Wenn der Squad scheitert, darf Rocksteady sich vielleicht doch wieder auf gute Singleplayer-Spiele konzentrieren. Wie steht ihr dazu? Seid ihr gespannt drauf oder ist es euch doch eher egal? Mögt ihr solche Microtransaction-Multiplayer-Shooter oder spielt ihr lieber für euch oder ganz anderes im Multiplayer-Bereich? Oder sagt ihr, ich hab immer noch Baldur's Geld nicht durch, so wie ich? Dann schreibt es uns in die Kommentare. Und jetzt noch ein riesen Dank an alle Unterstützer auf Patreon, ohne die wir Flips nicht finanzieren könnten, wie unsere Patroni hier und Timelords. Den Link zum Unterstützen und zum Extra-Content genießen, auch in der Pause, der ist in der Videobeschreibung. Rechts findest du unseren Anschau-Tipp mit dem Überblick über das ganze Jahr. Genießt den Sonntag und wir sehen uns dann Anfang Februar wieder.